Hallo Leute, hier sind die besten Twitch-Clips aus dem Dezember. Alle Streamer sind natürlich verlinkt. Viel Spaß. Auf meine Statue, yo. Kommt Discord. Nicht so tief, Rüdiger. Nicht so tief, hab ich gesagt. Sollen wir für den Boxkampf, solltest du erstmal gegen mich ein bisschen Sparring machen? Ich bin... Warum sagst du, ich bin... Ich hab mich noch nie boxen. Wer ist das, Alter? Okay, wisst ihr was? Ich mach jetzt Boxtraining. Ich zeig jetzt, wie ich boxen würde. Das ist Hugo. Nicht hungriger Hugo. Wer denn? Welcher Sohn Hugo meint... Wen meint der denn jetzt, Alter? Let's Hugo, Digga. Wie viele Hugos gibt's denn, Alter? Ich nach Regatszustand hat der innere Erdkern. Anthrazit. Digga. Der hat mit einer Farbe geantwortet. Der hat mit einer Farbe geantwortet. Ich glaube, hier ist niemand mehr, Chad. Hier ist tote Hose. Ich bin... Er ist... ... ... Das war eine richtig unangenehme Runde mit allen von euch drei. Ich hab euch, ich feier euch alle gar nicht Ich nicht, ich auch nicht, weil ich Soundboard benutze Ich bin kein Soundboard und das weißt du auch, weil du das Ding sein hast Ich seh dich doch hier im Chat Ich sag, Digga, ich sag die ganze Zeit Hort, Nico, wie heißt du, komm Ihr habt euch grad 20 Minuten mit mir unterhalten, als ob ich ein Soundboard bin, so blöd kann man doch gar nicht sein Trimax, ne? Warte, ne, ich geh auf hier Bist du YouTube oder Twitch live? Ich bin auf Tinder live, alter Ich bin klüger als du Nein, bist du nicht Doch, du darfst nicht rein, du darfst nicht, ich muss dich rauslassen Hä? Ich bin klüger als du Du bist nicht klüger als ich Doch Oh nooo Ja, du bist klüger als ich Und das war's jetzt? Das war's Digga, was für ne Scheiß Ah, komm Dann kann man hier in die Tiefen rein spielen Alter, und hier hat er alle Weißtöne Oh, und was ist das? Ja Kann der Minecraft spielen, richtig? Ja, Basti macht doch mal XXL-Projekte und Challenges Haha, sie nennen mich den Fluss-Krebs Ah scheiße, hier ist Wasser zu Ende Ich glaube, du solltest es vielleicht lieber auf deine Familie hören Nein, bitte, bitte Walabilla 1 HP Walabilla 1 HP? Walabilla 1 HP? Ja Okay, dann greif ich an Oh, ich hab's Das Gesicht Das Gesicht Das Gesicht Was ist das? Das ist ne Mannemilch Das ist ne Mannemilch Sag sie mal rein in die Kamera Ist das... Ist das... Ist das der Boden? Nein! Lüge an! Lüge an! Kann ich Blä constante Lüge an! Der Basti Auf Was hast du lang nicht mehr gemacht? Was ist jetzt los? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Kannst die Tür noch machen? Nein, oder? No fucking way! Ich hoffe, euch hat das Best aufgefallen. Lasst doch gern ein Abo da. Schickt mir eure Clips per DM auf Instagram zu.